Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Wasteland, hier in Arma 3. Und hier herrscht das Chaos, auch wenn es die eigenen Leute sind. Äh, ja. So könnte man das eigentlich ganz gut beschreiben. Ja. So, kriegen wir das hier für 25.000. Hab ich schon aufgehoben, hier letzte Folge. Welchen Streit erinnert, letzte Folge schauen. So, ähm. Irgendwie hier geht's doch. So. Anzert. Und hier, ähm. Warte, das will ich. So, jetzt ist es noch. Waffene E-Fid für 25.000. Ist aber glaube ich nicht so. Das ist nicht die beste Idee. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich glaube, ich gehe mal zur Bank. Wir kaufen uns mal einen Panzer. Aufgehoben. Halt es aus. Und hier ist es schon. Ich gehe mal zur Bank. Ich gehe mal zur Bank. Ich gehe mal zur Bank. Und hier ist die beste Idee. Nein, Entschuldigung, wollte ich nicht. Geht anscheinend die Party ab. Wir müssen ja den Weg jetzt hinlaufen und wieder zurück. Meine Güte, wie scheiße ist das denn? Warum habe ich hier nur 22 FPS gerade? Ich glaube, es liegt nicht an mir, es ist ein am Server, weil da 61 Leute drauf sind. Tut mir leid dafür, falls es ein bisschen scheiße ist, weil es ein bisschen rückelt. Alter, 19 FPS. Ich glaube, das liegt echt am Server. Im letzten Mal war das ja auch nicht so schlimm. Natürlich ist er tot oder geht durch die Toren? Geld? Nö. Geld? Ne, aber wache. Wache ich aber gar nicht. So, ich nehme jetzt mal, ähm... 100.000 nehme ich mir mal. Oh, lol. Okay. Hat es einfach... Ach man, jetzt scheiß DLC. Wenn ich das blöde DLC nicht habe. Ich bin nicht scheiße, dass man die Leute dazu zwingt, damit man das kaufen muss. Der hat mich auch mitnehmen können. Ach ja, Wander Simulator 2017, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin hier gerade in der Wildnis unterwegs. Überall wilde Tiere, unschuldige Hasen. Und überall können Banditen auf dich lauern, die dich überfallen wollen. Ach ja. Das Let's Play im Let's Play so in der Art, ne? Äh... Ne, das weiß ich nicht. Wider down. Ja, anscheinend. Okay. Äh. 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 das ist ein bisschen was explodiert wird blöd noch geld wahrscheinlich nicht dann einsteigen Passagier. Fahrersatz. Das funktioniert. Gut. Ähm. Loll. ... Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Nein! Ich hab vergessen anzuvisieren. Oh Gott, oh Gott, nein! Oh nein! Ich hab 114.000 dabei! Bitte kommt einer, bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Das sieht ganz gut aus. Das sieht vielversprechend aus. Bitte, 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 bitte. Bitte hol mich wieder. Hier? Direkt ja! Oh, mein Gott, danke. Boah! Alter. Alter, das war... Ich bin wieder vollgehealed. Okay. Ich bin wieder vollgehealed. Okay. Ich bin wieder vollgehealed. Okay. Die richtige Nerfk-Zone und die scheiß FPS. So. Ich kaufe mir jetzt einen schönen Tank. Ich glaube, ich kaufe mir den hier. Sehr gut. Ja. Ich hoffe. So. Nice, Leute. das ist jetzt unser erster eigener Panzer. Da gibt's ein Schützen-Sitzer. Kann ich jetzt auffahren? Nö. Nö. Ich nicht. Egal. Ich fahre erstmal. Und dann... Wenn ich in jeden Fall nicht schaue. Vielleicht mal nach der hinten. Wollen wir mal, ob's dann... ...er gibt, wird man abstauben könnte. Eigentlich wollte ich viel kommen. Es gibt da auch einen schönen Panzer. Wo man... ... während dem Plan schließen kann. Und dann sozusagen es mitdreht hier. So. Ich fahre jetzt erstmal hier nach hinten. Ups. Dann schauen wir mal nach. Ob der jemand ist? Wir sterben nicht. Nein, nicht. Hm. Dann nur ein Gegner, ne? Ich werde auf jeden Fall überall noch geschossen. So lange habe ich jetzt noch heute für die Folge gar nicht mehr. Dann ist es ein bisschen in die Richtung vielleicht. Also jetzt, so lang habe ich jetzt noch heute für die Folge gar nicht mehr. Aber dann ist es ein bisschen euer Typ. ich glaube ich mache jetzt aber mal jetzt schluss und dann fahr ich gleich da das hier durch nachladen würde mal sagen das war's von der heutigen folge und solche fall hat lasst den daumen nach oben da und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen folge von wasteland also bis dahin macht's gut